Blackpink wird eine ganze Woche wohl Collectibles auf der Vivi App droppen. Außerdem gibt es eine neue Möglichkeit, Omi-Token zu kaufen und wir schauen uns alle bevorstehenden Comic-Drops an. So wie vieles weitere, das alles jetzt in diesem Video. Starten wir vielleicht mit der spannendsten Sache überhaupt, denn gestern gab es ein Weekly Vivi Recap mit My Collectibles wieder mal und dort wurde uns außerdem ein Blackpink Hinweis gegeben für die nächste Woche, denn in der nächsten Woche wird es ja die ersten Drops geben bzw. am Montag und es soll wohl eine gesamte Woche geben, wo Blackpink Collectibles auf der Vivi App droppen wird. Das wird natürlich auch einhergehen mit Social Media Posts und allgemeinem Marketing zu den Drops selbst. Das heißt, die nächste Woche könnte auf jeden Fall extrem interessant werden für den einen oder anderen, denn wir werden hier auf jeden Fall bestimmt einige Leute über Social Media erreichen und wir haben hier zum Beispiel auch eine Zusammenfassung einmal von den Zahlen, die insgesamt zu Blackpink im Prinzip geschehen sind. Wir hatten hier bei X mit Reach ungefähr 14,7 Millionen Impressionen, war hier auf jeden Fall Instagram am besten mit 2,6 Millionen Impressionen und 3,4 Millionen Views. Also wir haben hier wirklich meiner Meinung nach eigentlich sehr, sehr gute Zahlen. TikTok war ja an dieser Stelle nicht allzu gut, gerade mal hier mit 16.000 Likes und 172.000 Views. Das ist nicht allzu viel, ist trotzdem nicht schlecht, dennoch auf jeden Fall sehr, sehr spannende und gute Zahlen erstmal und deshalb bin ich erst recht gespannt, was passieren wird, wenn das Ganze hier eigentlich erst richtig losgeht mit den Blackpink Drops in der nächsten Woche. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie gespannt ihr seid auf die Drops in der nächsten Woche. Kommen wir zur nächsten Sache und dem Omi-Token, denn man kann endlich mal wieder sagen, es gibt was Neues zum Omi-Token. Und zwar, Omi hat nämlich eine neue Base, beziehungsweise ist jetzt auf der Base-Chain verfügbar und das ermöglicht euch da draußen als Omi-Holder auch eine ganz neue Möglichkeit, Omi-Token zu kaufen auf den Exchanges, wo auch zum Beispiel die Base-Chain eingesetzt wird. Und das Ganze wird insgesamt nur für den Omi-Token gelten, das heißt, all eure Vivi-Collectables werden weiterhin auf IMX bleiben. Man hat jetzt aber die Möglichkeit, auch Omi-Token über die Base-Chain im Prinzip zu kaufen und dann sozusagen auch zu halten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sehr sich das durchsetzen wird und wie die Leute das insgesamt akzeptieren werden. Ich finde es aber auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, denn man kann so deutlich einfacher auch den Omi-Token kaufen. Wenn ihr wollt, dass ich dazu mal ein extra Video mache, wie man diese Omi-Token über die Base-Chain kauft, dann schreibt es mir unbedingt unten mal in die Kommentare, dann werde ich mir da auf jeden Fall nochmal die Mühe machen und ein extra Video dazu machen. Und bleiben wir vielleicht auch direkt mal beim Omi-Token und schauen uns den aktuellen Chart dazu an. Wir haben tatsächlich in den letzten Tagen hier einen kleinen Pump hingelegt. Von hier unten bis hier oben waren es insgesamt 34%, aktuell sind wir jetzt noch 17% im Plus. Wir haben hier auf jeden Fall diese Resistance, die wir schon auch in der Vergangenheit hatten, gebrochen. Ob das jetzt aber tatsächlich hier einfach nicht nur ein random Pump ist, beziehungsweise einfach hier dann wieder ein Pullback runterkommt, das kann ich derzeit einfach nicht einschätzen, da die Situation bei Omi einfach momentan sehr, sehr heikel ist. Insgesamt im Kryptomarkt schwierig einzuschätzen ist, wann wir hier auf jeden Fall weitere Steps nach oben sehen. Insgesamt muss ich sagen, ich halte mich persönlich momentan sehr zurück, was den Omi-Token angeht, da wir hier einfach relativ große Schwankungen haben im Kurs und es nicht wirklich ersichtlich ist, wo es derzeit genau hingehen könnte. Daher für mich persönlich Zurückhaltung. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir tatsächlich in den nächsten Wochen eventuell sogar schon Omi-To-NFT sehen könnten, was hier natürlich auch für den Kurs einen massiven Einfluss haben könnte. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, was wir da in den nächsten Wochen sehen werden, was den Kurs natürlich aber auch sehr stark nach oben bringen könnte. Aber wie immer, ich habe natürlich auch keine Glas-Google, daher, ja, das ist nur meine Einschätzung und meine Wahrnehmung. Kommen wir zum nächsten Livestreamer und dieser ist schon am Mittwoch und zwar passend zum Blackpink-Announcement eigentlich. Und zwar geht es nämlich Montag 19.30 Uhr los beim Frank mit dem Instinct und dort werden wir live sein. Das heißt, kommt sehr gerne vorbei, wir werden uns das Ganze auf jeden Fall rund um Blackpink nochmal genauer ansehen, was dann dort veröffentlicht wird. Der nächste Pixar-Drop steht vor der Tür und das mit einem ganz besonderen Crafting-Event, denn wir werden dieses Crafting-Event am 16. Mai um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Es wird möglich sein, nämlich aus der ersten Series die Collectibles von Cars zu nutzen, um hier dieses Podium zu bauen, wo sie dann im Prinzip draufstehen. Finde ich super, super cool gemacht. Wird auf jeden Fall für den Showroom extrem gut aussehen. Und das Ganze wird hier, ja, auf jeden Fall für den ersten, für den Lightning McQueen. Das heißt, es wird eine ganz spezifische Plattform für jedes einzelne Auto geben, in diesem Fall Lightning McQueen mit einem Craft-Preis von 8 Dollar pro Collectible. Außerdem eine Editionzahl von 1.500 Stück und eine First Edition natürlich überall. Und die First Public Mint wird hier die 21 sein. Kommen wir zum nächsten, das wird einmal Cruise, auch eine Ultra-Rare. 750 Editions, natürlich dem angepasst, was auch die Collectibles an Editionzahl haben. Dann haben wir hier noch Meta Base, auch eine 750er Auflage. Anschließend haben wir dann hier noch die Jackson Storm Base, die ich persönlich fast sogar mit am coolsten finde. 400 Editions und dann haben wir hier unten noch einmal Flow Base mit einer Editionzahl von 290. Also insgesamt auf jeden Fall sehr interessant. Das Ganze wird hier mit Store und auch Market Purchased Collectibles möglich sein zu machen. Das heißt vielleicht für den einen oder anderen hier interessant, wenn man das Ganze doch nicht im Drop bekommen hat, aber dann noch einmal im Store kaufen möchte. Kommen wir zum nächsten Star Wars Comic und das wird The Phantom Menace, also Hashtag 1 sein. Das Ganze wird hier natürlich wie immer mit 5 Covern kommen. Das Ganze hier einmal mit diesen Covern, die ihr jetzt aktuell seht. Für mich persönlich ist das ehrlich gesagt aber ziemlich, ziemlich uninteressant. Das Einzige, was hier sehr interessant aussieht, ist das hier. Das sieht mir tatsächlich nach einer Original-Skizze aus. Und daher vielleicht für den einen oder anderen doch interessant. Wir haben hier eine Editionzahl von 4000 Stück gerade mal, unter anderem letzten Preis von 7 Dollar. Also nicht allzu teuer. Und da könnte tatsächlich hier die Secret Rare doch äußerst interessant werden. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch noch einmal die Go-Collect-Preise dafür an. Das Ganze ist jetzt hier nicht allzu hoch. Eine 9.8 gerade mal 65 Dollar. Also wir sprechen hier auf jeden Fall bei dieser Kamen-Version von keinen wirklich hohen Preisen. Kommen wir zum nächsten Tarzan-Comic, was vor der Tür steht. Und zwar Tarzan 220. Das Ganze wird hier am 14. Mai um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich wie immer mit 5 Covern zu dem Tarzan-Comic selbst, die Rare wie immer vergoldet. Und wir haben hier einen Listenpreis wie immer von 7 Dollar und Edition-Auflage gerade mal von 2000 Stück. Was hier wirklich extrem wenig ist für die Tarzan-Comics. Wahrscheinlich auch anhand dessen, weil man in den letzten Drops gemerkt hat, dass diese Comics einfach nicht ausverkauft gehen. Und jetzt haben wir gerade mal auch eine Secret Rare Edition Zahl von 80 Stück, was wirklich unfassbar wenig ist. Aber es sind wahrscheinlich einfach die Maßnahmen, die sie treffen mussten, um diesen Drop hier dann ausverkauft zu bekommen. Weil einfach zu wenig Nachfrage da ist. Und jetzt schauen wir uns an, warum wahrscheinlich auch insgesamt diese Comics so unbeliebt sind. Wir sehen jetzt hier auch ein weiteres Mal eine 9.8 gerade mal bei 210 Dollar. Also wir haben es ja insgesamt bei diesen Tarzan-Comics eigentlich mit keinen teuren Comics zu tun. Und das zieht sich jetzt hier auch tatsächlich bei diesem Comic durch. Und daher ist das für mich persönlich auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Und das war es jetzt an dieser Stelle. Auch schon wieder mit den wichtigsten Videos, die du da draußen wissen musstest zum Samstag. Ich wünsche dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen mit einer Hand. Und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.